hey und leute kramix hier was geht ab hier paul berger ich bin wieder zurück auf dem reaction kanal wir werden heute testen ob dieses video mich zum einschlafen bringen kann denn das video heißt auch die satisfying video that will make you fall asleep also auf die heißt befriedigendes video was mich zum einschlafen bringt ja ich bin wirklich gespannt aktuell wir haben 23 uhr 32 leute ist schon sehr sehr spät und ich will auch eigentlich nach dem video schlafen gehen ob das video mir dabei hilft wir werden rausfinden lasst natürlich mein like und ein abo da und ich würde sagen ab geht's mit dem video okay okay das sieht schon das sieht ja schon unnormal befriedigend aus er dieser farbverlauf von blau zu rosa ganz wild okay er zieht hier die ganzen die ganzen möhren aus dem boden raus und das sah auch echt schon befriedigend aus in was für einem bogen er die da diese dinge da rausschnippst ich weiß nicht was das ist aber es sieht krass aus oh mein gott es ist super es ist super dog der ist ja locker grad drei meter hoch gesprungen holy moly hat sich gerade das ei schwarz gefärbt oh mein gott oh mein gott schneelawine vom dach okay das da alter okay das sieht echt das sieht echt übel befriedigend aus man muss da einfach hingucken man muss einfach hingucken wie dieser das schnee da runterrutscht okay er macht quasi so okay okay wusste ich nicht dass sowas gibt quasi wie so eine art extensions für männer für diese geheimratsecken hier falls man haarausfall hat wusste ich nicht dass sowas gibt leute ach dass da mehr druck drauf ist auf dem haaren ich verstehe das war ja schon ein lifehack okay wie tiefer dieser schnee das war unerwartet alter sehr schnellste unterwelt es ist richtiger trippler das ein richtiger trippler hier er ist mit dem kopf einfach schon 22 stangen weiter durch geschlingelt während sein hinterteil noch irgendwo sich durchdrückt ganz wild also diese also so komische arbeitsschritte finde ich irgendwie nicht so befriedigend ich finde er so zu sowas zum beispiel übelst krass zum anschauen dass sie da einfach von unten zum gesicht drauf malt echt krass okay das hat irgendwie was irgendwie mal hingucken wie sie das streicht oha wasser packs krank was ist das denn warum wird das lila das sah das sah real cool aus okay er will hier quasi in diese wand so eine art stein marmorierung reinmachen und er macht das wirklich gut freestyle aus dem kopf geht das habe ich nicht verstanden wir sind ja nicht bei einer nicht lachen challenge okay krasser roboter let's go er hat sich quasi so ein so ein wie so eine art schlittschuh ding gebaut was ist das denn was ist das denn was ist dieses unsichtbare wasser ist das wasser nee was was hat denn der da reingehauen sah krass aus flüssig kleber glaube ich so klitzert das sieht das also das sieht übel satisfying aus leute wie dieser kleber hier verläuft das sieht echt ich muss aber echt sagen leute ich finde es funktioniert ein bisschen also kann natürlich auch sein dass es einfach weil es halt einfach schon so spät ist ich müde bin aber irgendwie macht mich das video gerade wirklich müde irgendwie ich finde es funktioniert ist okay das sieht einfach nur geht das sieht lustig aus wie viel blasen kann sie denn damit machen auf no sexual basis alter was das denn für eine stoffsäge einfach mal gerade so 30.000 t-shirts aus diesem stoff von ausgeschnitten erfolg raus ich glaube es ist ein basketball obwohl jedoch nicht aber diese anderen nähmaschinen skills bei mir ich habe mir schon 30 mal den finger reingelgenäht was sind das ein fettarschtest auf einer jeans oder dieses abgehobelt damit die jeans so abgewetzt aussieht einen auf mit die hose hat schon 1000 lächer drin das sieht schon echt wirklich befriedigend aus wie sie da drauf fährt irgendwie also ihr könnt sagen was ihr wollt leute aber ich finde es ich finde es gerade echt voll entspannt das anzuschauen wir schauen uns das einfach jetzt gerade gemeinsam man schreibt mir in die kommentare seid ihr auch gerade zu kurz vorm einschlafen wir schauen uns das einfach mal zusammen an sie trifft alles alter sie sollte jede retter werden das habe ich auch immer in der schule gemacht das kann ich auch mit dem mit einem tintenkiller kann ich das auch machen okay das jetzt nicht aber diese erste drehung den clip kenne ich auch schon bild und rein gefetzt oh was das denn für eine feuersäge er ist einfach eine feuersäge leute ich wusste gar nicht dass sowas gibt dass eine glühende was ist das eine grüne glühende platzsäge war das ich habe keine ahnung was der typ da macht oh ich habe noch nie gesehen wie ein pferd gewaschen wird ja auch richtig schön die schritt sind nicht vergessen das sind ziemlich viele kekse das sind viele kekse leute oha oha die ganze die ganze entensippe der ein idiot der runtergefallen ist habt ihr den gesehen das trifft meister trifft meister aus usbekistan war das bisschen soja soße tag hier verrühren eier rein ab geht's keiner weiß was werden soll mandarinen saft oder alter das sieht ja ich habe auch so bock auf was kaltes zu trinken oh mein gott dieses getränk also ich merke schon echt langsam wie ich müde werde mir hilft dieses video beim einschlafen glaube ich schon ich glaube schon dass mir das hilft leute lasst einfach lasst uns einfach zusammen einschlafen wie eine community wir machen einfach community einschlafen okay wir schlafen einfach gleich wenn nachts wie nach dem video schlafen wir zusammen ein wird auch cool aus wiederum kurzen diese orangen was das denn das sieht aus wie scheiße sieht irgendwie aus wie so algenkacke sie ja eklig aus er also wenn das was zu essen war ich würde es nicht essen das sind baumstamm zersplitterer wenn ich das jetzt einfach mal da wird mit einer hydraulik presse wird der baumstamm auf einer axt gepresst oha oha leute guckt euch mal wie das aussieht zu wild das war diese optische illusion das aloe vera ne ich glaube dass diese aloe vera ding wo so sonnencreme salben alter alter das nicht mal mit dominosteinen das mit karten da muss doch nur ein windstoß kommen und so eine karte fällt um oh mein gott er hat dieses er hat dieses kartengame studiert er hat dieses kartengame einfach studiert leute so ihr paulberger ich bin jetzt müde ich werde jetzt einschlafen ich hoffe ihr auch wir hören uns im nächsten video wir hören uns im nächsten video Tschüss